Zum Beispiel ein Seratul-Körper, nee, noch besser, ein Tosh-Körper und ein Novakop noch dazu oder so. Oh Gott, wir haben noch ein Funkchen dazu gekriegt. Das ist natürlich mega scheiße. Ach, naja, schon okay. Wir haben halt jetzt extrem wenig Schaden, ne? Du wurdest zweimal von der Blubber-Base getroffen, Mali. Ganz schön peinlich. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Niemand will sein. Fünf, vier, eins, zwei, eins. Möge die Schlacht beginnen. Möge die Schlacht 1! Jede Schlacht 1! Das war's für heute. So geil. All random, all miss, oder was? So geil, Aurel Carry hier. Wir holen. Ich würde sagen, wir gehen direkt vor. Wasch, ne? Scheiße, der Rega macht Land, wir müssen aufhören. Wir sind ja da vorne noch. Hast du nen Boost? Gut, nice. Okay. 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 Ich wärs ja besser Funk hier, ich würde ne Lane machen. Ja. Weil wir die Spinnen gleich haben, pushen wir eh wieder zusammen. Okay. 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 Vorsicht kommen viele runter. Hier ist es eine große Herausforderung. Sooo, dann pushen wir mal Bot, würde ich sagen, dass wir da gleich einfacher soaken können. Oder? Oder wollen wir einen Key probieren? Nee, komm, wir pushen Bot. Das ist ein Punkt. Sooo, dann. Sooo, dann. Sooo, dann. Sooo, dann. Sooo, dann. Sooo, dann. Sooo. E-C Kann er? Ja, komm mal. Wer los ist? Muss man mal abgeben, oder? Ja, ich hole dir die Läden noch. Wir haben noch nicht genug. Easy. Wird der Führer jetzt noch Sertifikation-Skill? Scheiße. Oh, der hat ein ganz kleines Ding nur gefehlt. Fakt war's. Oh, scheiße. Was denn? Oh, der fehlt nicht die Chasen uns. Ja, ich kann wiederbeleben, habe ich geskillt dieses Mal. Ah. Ja, das Ding ist, wenn man so tief drin ist, dann bringt es halt nichts. So tief. Schade, wir hatten so einen schönen Bonus. Aber guck mal, die haben von uns noch nichts angekratzt. Was? 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 Scheiße. Top, verlieren wir XP. Oh, nicht ohne den dicken Kämpfen. Oh. 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 Ja, bezahlen Bitte mit Türel abgeholt Das ist gut Ich glaube, er ist zu weit defeated, ich glaube. Ach, come on! Das war's für heute. Was vorgehen, oder? Können wir versuchen. Läuft in letzter Zeit extrem gut mit der 3A-Kombo. Können wir mehrfach abstimmen, oder haben wir Stimmen vom Gegner bekommen? Stimmen vom Gegner, also vom eigenen Team und 5 Gegner Stimmen. Lief gut.